So, da sind wir wieder für ein paar neue Folgen Arcanum. Ihr habt mir wieder reichlich Tipps gegeben, die ich auch versuche zu beherzigen. Dennoch mache ich erstmal da weiter, wo ich jetzt mal aufgehört habe. Und zwar möchte ich zu Mr.Base gehen und ihm ein bisschen über die Geschehnisse aufklären. In den Höhlen. Da freut er sich bestimmt. Und ich schwöre euch, ich habe... Wirklich, das ist... Moment, nein, nein, nein. Ich habe es nicht vergessen, ich habe es mir aufgeschrieben. F7 ist speichern, F8 ist laden. Alles wunderbar, ich bitte euch, wie kann er das vergessen? Rein mit uns, hier war alles schön angekleidet. Ja, wir haben keine Barbarenrüstung an. Haben unseren lustigen Zylinder auf, unseren Elektrozylinder, wie ihr vielleicht doch wisst. Den da. Haben unser Schwert in der Hand. Wir sind insgesamt schon relativ elektrisch ausgestaltet. Mit dem Elektrolicht, mit dem Elektrozylinder und dem Ladungsring, nicht schlecht. Äh, Gilbert Bates. Ihr seid zurückgekehrt. Erzählt mir, was habt ihr herausgefunden? Die Zwerge wurden auf die Insel der Verzweiflung verbannt, wegen... Äh... Um der Götter willen. Heraus damit, Mann. Tja, ähm, sie haben unvernünftigerweise zugelassen, dass Menschen in den Genuss ihrer Technologie kamen. Oder euer kaltbütiger Verrat und der Diebstahl ihrer Technologie ist ihnen zu Verhängnis geworden. Muss man, glaube ich, das Level ein bisschen runtersenken hier von der Stimme. Ist besser so, besser so, besser so, ja. Ähm, dann, ich sage erst mal erstes. Bei den Göttern. Genau das hatte ich immer befürchtet. Ich bin ihnen alles zum Verhängnis geworden. Was habe ich nur angerichtet? Meine jugendliche Überheblichkeit. Ihr... habt ihr... Gold für eure Mühen. Würdet ihr für mich zur Insel der Verzweiflung gehen? Ja, er drängt weitere Tränen zurück. Das ist ganz schön krass. Erstmal danke für das Goldreaktion-90 mittlerweile, krass. Ähm, die Inselverzweiflung, äh, der Verzweiflung klingt nicht gerade, ähm, harmlos, würde ich sagen. Ihr wollt, dass ich zur Insel der Verzweiflung gehe? Wenn ihr das tun würdet. Ich weiß, dass ich schon viel zu viel von euch verlangt habe. Aber ein alter Mann muss mit sich selbst ins Reine kommen. Das ist meine Frage. Was ist die Insel der Verzweiflung? Das klingt so ein bisschen wie eine Knastinsel oder Exil halt. Die Insel der Verzweiflung ist eine Strafkolonie. Extrem gefährlich. Die Verbrecher werden ohne großes Aufhebens an ihrem Ufer ausgesetzt und müssen sich allein gegen die Elemente und andere Mitbewohner zur Wehr setzen. Ich stünde wirklich zutiefst in eurer Schuld. Also in den Strafkolonien lasse ich mich aber partout nur stoßen, wenn ich danach keinen Namen mehr habe und, äh, eine Barriere drumherum ist und ich gegen den Schläfer kämpfen muss und anderes Spiel. Okay, ähm, äh, stündet ihr tief genug in meiner Schuld, um mehr als diese 300 Goldstücke auszuspucken? Du hast mir nur 300 Goldstücke gegeben? Das ist ganz schön arm, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ähm, naja, wir sind aber trotzdem ein guter Mensch oder ein guter Zwerg eher. Ich werde das tun, aber wie komme ich dorthin? Das ist erstmal eine gute Frage. Geht zu den Docks von Eschberry. Da waren wir schon mal. Und er wird mich dorthin bringen. Kann man diesem Mann denn trauen? Ich vertraue ihm blind. Es kursieren zwar Gerüchte über eine wenig ruhmreiche Karriere auf See, aber er ist ein guter Mann, sollte es Schwierigkeiten geben. Er ist also ein verlässlicher Pirat. Das ist ja ermutigend, nicht wahr? Ich werde Teach eine Nachricht kabeln, damit er euch erwartet. Ähm, vielen Dank für eure Großzügigkeit. Ich werde euch von meinen Erfolgen in Kenntnis setzen. Ja, weißt du noch nicht. Erstmal darf ich euch ein paar Fragen stellen? Natürlich. Was wollt ihr mich fragen? Was haben wir denn? Ihr seid nicht eigentlich ein Erfinder? Das hat man schon. Warum wollt ihr die Zwerge unbedingt beeindrucken? Nachdem ihr so ärgert, das hatte ich auch schon. Was glaubt ihr, warum ihr euch töten wolltet? Wissen wir auch schon. Oder wissen wir zumindest nicht. Wir haben uns schon gefragt. Könnt ihr irgendwas über die Art der Arbeit erzählen? Okay, also nichts. Ach, noch eine Kleinigkeit. Ich würde euch gern meinen Ring wieder abkaufen. Ich gebe euch 200 Goldstücke dafür. Äh, er bedeutet mir sehr viel. Mein Vater gab ihn mir, kurz bevor er starb. Wäre ich jetzt ein böser Charakter, würde ich sagen, es ist nicht genug. Allerdings bin ich ein relativ guter Charakter und sage, sicher hier, bitteschön. Herzlichen Dank. Ich werde mit euch sprechen, wenn ihr zurück seid. Davon mal abgesehen, kann Adolf so nicht nachvollziehen, warum er jetzt so ein großes Verhältnis mit seinem Vater, warum er so eine Bindung an den Ring seines Vaters hat. Weil Adolf hat kein besonders gutes Verhältnis mit seinem Vater, wie wir bereits wissen. Aus Folge 1. Okay, dann einen schönen Tag noch. Können wir jetzt eigentlich mit dir sprechen? Das ist extrem große Oger, grunstlich an, ohne den Blick seiner Augen unter den schweren Lidern zu ändern. Grrrrmf. Und er ist auch argwöhnisch. Okay, er ist ja ein sehr freundlicher Mensch. Hast du nur was zu sagen? Ein schönen Tag noch, Bürger? Offensichtlich nicht. Ja, dann gehen wir wieder weg, würde ich sagen. War ja reichlich unspektakulär. Ich hätte mir ja echt noch ein bisschen mehr erwartet, dadurch, dass ich jetzt mal hier dem Base Bescheid gebe. Und zwar ein bisschen mehr, als einfach nur zu sagen, oh ja, hier hast du übrigens den nächsten Auftrag. Hui, geh zur Insel einer Zweiflung. Tralala, YOLO. Ne, das ist halt ein bisschen wenig gewesen, muss ich sagen. Wie sieht es unseren Goldverräten aus? 3371. Okay. Und lasst uns nochmal ganz kurz in unser Logbuch gucken. 21. August 1886. Angenommen, suche auf der Insel der Verzweiflung nach dem Schwarzberg-Clan. Okay. Haben wir irgendwelche Gerüchte neulich erfahren? Oh Gott, ist das wahnsinnig lang? Gibbert Bates hat mich nach Ashbury geschickt, um einen Kapitän namens Edward Teach zu finden. Einen von Bates' Mitarbeitern. Der Spezialaufträge für ihn erledigt. Auf mich wirkt er eher wie ein Pirat. Er soll mich zur Insel der Verzweiflung bringen. Einer Strafkolonie. Okay. Ja, und das hat man alles schon, glaube ich, die Säule der Wahrheit in den Minen des Schwarzberg-Clans erzählt die Geschichte seiner Verbandung auf die Insel der Verzweiflung. Der Grund für die Verbandung war, dass der Klades zuließ, dass sich die Technologie auch unter den Menschen ausbreiten konnte. Der Hauptgrund dabei war Gilbert Bates und seine Dampfmaschine. Merkwürdigerweise scheinen die Elfen unter Mithilfe des Clans des Rades in Verbannung bewirkt zu haben. Ja, das ist ja fantastisch. Also, ich werde gar nicht mehr trotzdem hierbleiben können. Was haben wir eigentlich noch für Aufträge offen, die jetzt so hinten sind? Das haben wir schon fertig. Hier ist alles grün. Das ist ganz fantastisch. Hier haben wir noch... Ja, wir müssen noch diese komischen siamesischen Zwillinge da... Also diese Schädel irgendwo holen. Die irgendwo ein Lagerhaus in Tarant sein sollen. Keine Ahnung, wo das sein soll. Aber werden wir vielleicht noch irgendwie rausfinden. Vielleicht ist es auch in den... Na, wie heißt das? In der Schwere. Heißt die Schwere? In den Slums auf jeden Fall. Erwähnt. Falls auf deine Reise nach das alte Elfen-Ambulett von Nitala stoßen solltest, hat der Galen eine hübsche Belohnung angeboten, wenn du es ihr zurückbringst. Ja, äh... Erstmal nicht. Danke. Danke. Was wir zunächst einmal tun werden, ist nochmal ganz kurz ein paar Händler hier aufzusuchen. Äh... Ne, 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 ne. Lass uns mal hier hoch. Denn die Maxi-Musterfrau hat mir wieder einen relativ langen Kommentar geschrieben. Da kann ich hier doch nicht antworten. Äh... Aus... Gründen. Die ich jetzt nicht erklären kann, weil ich selbst nicht genau weiß. Haus der Schwarzenergie war ich jemals drin. Äh... Ich hab mir auf jeden Fall viel aufgeschrieben. Danke dafür. Kann ich jetzt da rein? Ach, verschlossen. Okay. Wahrscheinlich ist es nur nachts offen. Mhm. Interessant. Na, egal. Lass uns nochmal hier lang gehen. Kommen wir hier irgendwie... Mein Gott, wo bin ich? Ich bin aber auch wirklich am... Sinnlosesten Punkt der Welt, die ich gerade überhaupt nicht... Äh... Haben wollte. So, so... Und daher würde ich eigentlich hin. Wir realisieren das kurz mal. Ich kriege das eigentlich gerade nicht hin. Und da wurde mir jetzt mal gesagt, dass ich die rostigen Dolche, die rostigen Streitkolben, die alte Steinschlosspistole, die Amulette der molochischen Hand... Ähm... Drachendolcher... Äh... Dolcher, ja genau. Das ist der eigentliche Begriff. Dann Schmuck, den kleinen Umhang und einige Schriftrollen verkaufen könnte. Und, äh... Noch so ein paar andere kleine Dinge. Was könnte ich eigentlich mal eingehen? Ähm... Vorab könnte ich aber vorher erstmal meinen ganzen Kram suchen. Hör bitte aufzulaufen. Also bitte... Hör aufzulaufen, wenn ich es nicht gerade so will. Dann geh kurz mal hier rein. Hier rein. Geh zu einer Kram. Hier ist aber schon noch irgendwelchen Krams. Also, was haben wir denn hier? Diesen kaputten Dolche in den Stahl. Ich kann es natürlich wegwerfen, denn er ist kaputt. Das kann man gleich mal so sagen. Äh, die magische Falle wurde mir gesagt, dass ich die auch wegwerfen könnte. Oder verkaufen könnte. Oder was auch immer. Ähm... Weil die nur für irgendwelche magischen Wesen für diese Quest gut waren. Ich will aber doch nicht. Weil ich immer noch glaube, dass ich das vielleicht irgendwie doch noch behalten kann für irgendwelche andere magischen Wesen. Wer weiß. Man kann nie wissen. Wir kriegen diese Dinger eh nie wieder. Zerstreuung davon Magie. Beendet alle Zaubersprüche, die auf das Ziel wirken. Das kann ich auch mal wegpacken. Ähm... Weil die werde ich wahrscheinlich nie nutzen. Ganz ehrlich. Feuerblitz werde ich auch nie nutzen, weil es nicht funktionieren wird bei mir. Aber was haben wir noch? Genau. Die Blechdosen muss ich nicht unbedingt benutzen, sagt man mir. Äh... Ne, das ist die Arinsäure. Äh... Weil ich die relativ off finden würde. Deswegen würde ich sagen, ich behalte einfach mal drei Blechdosen davon. Das ist doch jetzt okay. Die Kohle brauche ich nicht unbedingt. Das ist Lava-Stein. Und eigentlich ist hier alles gut, oder? Also es ist nicht so, dass ich jetzt hier wahnsinnig viel überflüssigen Kram hätte. Obwohl ich noch nicht weiß, dass ich mit diesen Putzmitteln und dem Zucker anfangen soll. Ich glaube eher, dass ich sie nicht brauchen werde. Ich verkaufe es einfach mal über den Schrotthändler, ganz ehrlich. Toms-Dünger. Das wirkt nämlich alles eher so, als ob ich das brauchen könnte, um irgendwie, ähm... Ähm... Na, wie heißt das? Um irgendwelche, ähm... Reagenzien herzustellen. Also für Alchemie und so weiter und so fort. Oder für Sprengstoffe oder sowas. So Düngerkrams. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Hier aber nicht. So. Hier kommt der Dolch rein. Dann bieße ich mir die Schuhe raus. Kann ich nämlich auch gleich verkloppen. Die Rostung und die Dolch kann ich auch gleich verkloppen. Was ist das? Auspuff-Topf. Vielleicht kann ich ja verkloppen. Und zwar alles möglichst beim Schrotthändler. Aber vorher eine Frage. Magische Waffen? Nein. Äh... Magiarium. Das könnte... Oder der könnte doch diese Schriftrollen annehmen, ich wahr. Äh... Ja, ich würde gerne... Wo sind die? Da. Verlassen. Was immer verlassen auch sein mag. Kenne ich gerade nicht. Kommt also weg. Ähm... Wow. Was ist Treue von Magie? 412 Münzen. Kommt weg. Feuerblitz. 825 Münzen. Würde mir niemals gelingen. Deswegen kommt es auch weg. Willst du das Ding ja noch haben? 144 Münzen. Kann ebenfalls weg. Schuhe und so ein Kram willst du ja nicht haben. Ja, wunderbar. Haben wir schon mal ordentlich Geld gemacht. Das ist doch schon mal super. Jetzt gehen wir zum Schrotthändler. Er hat gerade keine so schlechten Preise gehabt. Also er hat keine guten Preise gehabt. Hast du hier noch irgendwelche Schuhe oder sowas? Nö. Ähm... Aber zumindest hat er da ziemlich alles gekauft. Was ja schon mal echt viel wert ist. Hier komme ich noch nicht drüber. Noch ein Mülleimer. Noch ein rostiger Dolch. Noch mehr Schuhe. Wunderbar. Mittlerweile habe ich sogar ernsthaft genug Geld, um den ganzen Kram, der im Mülleimer ist, auch wirklich verkaufen zu können. Nicht zu sagen, okay, die Schuhe kann ich vielleicht mal aufheben, falls nochmal ein neuer Gefährte oder ein neuer Gefährtin dazu kommt. Ähm... Sondern ich kaufe mir einfach neue Schuhe, dann ist gut. Vielleicht finde ich auch jemanden noch Schuhe. Ist auch alles in Ordnung. Lieber Schrotthändler! Handeln wir ein bisschen. Hier, nun diese Schuhe. 4 Münzen. Und diese Schuhe für 4 Münzen. Und diesen Auspufftopf. Ach, den nicht mal du kaufst. Die rostigen Dolch kannst du haben. Zwei Münzen. Das komische Schwertchen kannst du haben. Äh... Willst du das Zeug auch noch haben? Ja, zwei Münzen. Zwei Münzen. Zwei Münzen. Einfach nur viel Platz weg. Und bringt bin ich viel. Hier, diesen komischen Bogen kannst du auch haben. Für 27 Münzen. Ähm... Da gucken wir mal die anderen an. Was die noch so viel Schrott dabei haben. Was wünscht ihr von mir? Wir möchten verhandeln. Genau. Wir haben jetzt relativ viele... Warte mal. Kann man das mal irgendwie ordnen? Genau. Relativ viele Ambulette in der malochäischen Hand. Ich würde sagen... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die komische Holzkohle brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt hier. Das ist alles in Ordnung so. Also die Steherin soll... Oder das Elektroniklösung könnte ich mir irgendwann wegnehmen. Aber das ist okay noch. Ähm... Was sind das? Stachelfall behalte ich auch mal lieber. Die normale Kohle behalte ich vielleicht auch mal. Sock, du hast nur eine Flasche Bier. Das ist alles in Ordnung. Oh, die ganzen Dolch haben wir hier. Ach du großer Gott. Ja, das müssen wir kurz mal... Die müssen wir leider mal verkloppen jetzt langsam. So leid es mir tut. Aber es muss halt sein. Nimmt eh nur viel Platz weg. Und das nächste Höhle plündere... Muss ich ein bisschen darauf achten, was ich so mitnehme. Äh... Ja. Einen haben wir noch. Platz. Jetzt hat ich mal noch ein bisschen mehr Platz. Ich bin ja gerade so auf. Das kann auch da hin. Und... Das kann auch da hin. Ja, jetzt haben wir noch ein Feldplatz. Äh... Lieber Schrotthändler. Ich hab da noch ein bisschen Kram, den du haben könntest. Hier, wie wär's mit 10.000 von diesen Dolchen? Ich find's gut, dass ich nicht eins auf die Felder... Auf die... Sattieren muss, genau. Äh... Von diesen Amulett behalte ich jetzt erstmal eins. Einfach so, um da vielleicht irgendwelche Forschung noch einzustellen. Vielleicht muss ich das mal irgendjemanden als Gesprächspartner zeigen. Ach, die Kohle willst du auch nicht haben. Das ist ja auch gerade schon krass. So, 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 so. Alles kann weg. Aber damit sind wir noch lange nicht durch, nicht wahr? Ähm... Du. Wie darf ich euch behilflichen? Indem du mir noch mehr Kram von deinem ganzen Müll hier abgibst. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Alles kann weg. Alles muss raus. Das Ganze wird Tame mit diesen zwei... Münzdöllchen hier zugemüllt. Aber gut. Muss halt auch mal sein. Kleinfühl macht ja auch Mist. Äh... Ja, das hast du super angeordnet. So und so. Dann gehen wir von euch noch irgendwelchen Müllen mit Sicherheit. Hier haben wir noch ganz viele Schriftrollen. In Fallen unsichtbarer Spürung. Das würde ich behalten gern. Das war ganz gut. Die beiden. Die drei. Die vier. Behalte ich alle. Weil wie gesagt, die waren ganz gut. Ähm... Die Arnie-Kategorie-Tour. Weiß nicht, was das bedeuten soll. Bringe ich vielleicht mal irgendwann in diese komische Kram-Truhe rein. Und das wär's dann insgesamt gewesen, oder? Tatsache. Sehr schön. Dann bekommst du das alles noch zurück hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Warum ich das zähle? Keine Ahnung. Alles egal. Alles weg hier. So, so. Alles weg. Ich näher mich gefährlich der 5000 Münzenmarkt. Gefällt mir sehr gut. Und ich erreiche sie nicht. Auspufftopf, weil sie nicht haben. Ähm... Haben wir noch einen Mülleimer hier in der Nähe gerade? Ja, haben wir. Wie schön. Da kann man die ganze Kohle reinmachen und diesen Auspufftopf. Und die Schuhe, die wir gleich wieder verkaufen können. Ebenso wie den Kram. Na, wie günstig ist das denn bitte? So, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das ist das Geile bei, ähm... Ähm... Wenn man, äh, im Feilschen relativ gut ist, dann... Nehmen ja Händler alles an, was sie, äh... Was ich ihnen verkaufe. Auch die Lumpen. Was ganz witzig ist. Nagel willst du nicht haben? Na gut. Dann werfen wir ihn weg. Habe ich noch irgendwas mitgenommen? Hier, das Ding. Willst du auch nicht haben? Dann werfen wir es weg. Gut, wir können gehen. Wunderbar! Habe ich irgendwas vergessen? Äh, ich habe den rostigen Dolch. Den Streitkolben. Den rostigen Streitkolben. Wusste ich gar nicht, dass ich ihn habe. Wer hat denn den rostigen Streitkolben? Ich meine doch, dass ich ihn verkauft hätte. Ja, habe ich. Das ist ein normaler Streitkolben. Ähm... Drachenbedeulch kommt weg. Schmuck sollte insgesamt weg. Will ich ehrlich gesagt behalten, weil damit kann ich meine Leute ein bisschen schmücken. Das sieht doch auch ganz nett aus. Da freuen die sich. Ähm... Schriftrollen habe ich schon verkauft. Ammonete machen wir noch hier schon. Hand habe ich verkauft. Und ich sollte möglichst Mana-Tränke kaufen, um die Würgel zu geben. Ähm... Das mache ich dann mal, wenn ich, äh... 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 Jetzt nicht. Das ist kein Mana-Tränke. Nein, das ist ein Einstiegstuch. Immer noch. Wundervoll. Und wir gehen gleich einem weiteren, äh... Vorschlag nach. Von einer anderen, ähm... Abonnentin. Oder Abonnentin. Ungewiss. Ähm... Und zwar haben wir in Nebelberg scheinbar... doch noch ein oder zwei Quests liegen lassen. Und ich will endlich mal rangehen, die endlich mal, äh... erledigen, dass Nebelberg mal für mich abgeschlossen sein könnte. Das wäre gar nicht mal schlecht. So. So lange dauert es nicht mehr, bis wir draußen sind. So. Ich wette hier irgendwo... Ach, ich habe sogar einen Pub. Äh... Ich wette hier irgendwo... Es sind diese komischen... siamesischen Elfenköpfe. Oder siamesischen Zwillings-Elfenköpfe. Wie auch immer. Elfische Siamesen-Zwillinge-Köpfe. Ihr wisst, was ich meine. So. Das ist schön. Ziehen wir uns kurz um. Das ist nämlich noch ein bisschen schöner. Speichern das Ganze mit F... 7. Genau. Zick. Und begeben wir uns wieder nach Nebelbergen. Hurra. Äh... Machen wir mal so und so. Ich sage drei Angriffe. Angriff Nummer 1. Gut. Haben wir noch ein Pflänzchen gerade in der Nähe. Ah, ist auch ganz schön dunkel. Sehe ich gerade eh nicht viel. Gut. Kurz nach der Rand. Ein kleiner Angriff von einem... Ich glaube, heutiger Welf war das. Eingriff Nummer 2 von anderen Wilden. Entschuldigung. Was bei allen Göttern... Oh, ich meine... Mehr Glück beim nächsten Mal. Mensch, für zwei kritische Panzer und einen Kämpf... Äh, Kämpf, ja. Gar nicht mal so schlecht. So. Haben wir hier irgendwelche Pflänzen in der Nähe? Warum kämpfe ich immer über Nacht? Erneut sehe ich nichts. Aber wie gesagt, das ist ja auch nachts. So. Kampf Nummer 2. Dann haben wir erstmal die Hälfte des Weges geschafft. Jetzt haben wir ungefähr die Hälfte des Weges geschafft. Kampf Nummer 3. Wie das ein räuliger Wolf? Ein Ernstes. Dafür greife ich auch nicht mal zum Schwert. Pflänzchen? Nö. Doch. Nein. Weiter geht es. Ah, Drachenspeer. Seid ihr blind? Was bei allen Göttern... Oh, ich meine... Mehr Glück beim nächsten Mal. Vielen Dank. Habt ihr irgendwas dabei? Natürlich nicht. Ach, guck mal. Ein Kandura-Stängel. Nehme ich doch gerne mit. Ja, kommt noch was. Ah, die Molochäische Hand. Da, dann los. Lass uns ein bisschen fliehen. So, jetzt auf dich. Ja, läuft doch. Vielen Dank. Ähm, oh, ein rostiger Streitkoll. Mensch, hat mir eh gerade gesucht, um ihn zu verkaufen. 25 Gold. Dann entkleiden wir dich noch kurz ein bisschen, weil die Gewanderer übereinander bringen ganz schön gut Geld. Aber man hält nämlich auch mit. Mensch, zwei nackte Aktentäter. 22 Gold. Noch so edlen Dolch. Aber man hat mal noch hier schon eine Handtür, ungewöhnlich. Und eine Lederrüstung. Da freue ich mich aber. Ähm, dann werfe ich mir kurz mal so ein Heil-Ding ein. Auf, äh, hä? Ja, auf mich. Vielen Dank. So, gespeichert. F7. Kurz mal gucken. Ich sehe ja schon, die Leiste ist schon relativ voll. Nächste Stufe bei knapp 2000. Wunderbar. Also die Leute in der Molochäischen Hand können gerne öfter kommen. Jetzt mittlerweile kann ich die gut besiegen. Und da sind sie auch schon. Aufpassen, 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 aufpassen. Stopp. Hä, hä, hä. Gut. Dass meine Pause funktioniert, hat nicht ganz so funktioniert, wie ich das gerne gehabt hätte. Ich lade mit 8. Vielen Dank. Das tue ich doch nicht. Spiel laden. Ja, Autoself wäre super. Da spuche ich noch große Töne. Danke für die Kaltura-Steine übrigens. Ähm, und sterbe dann doch. Unangenehm. So, das Ganze nochmal. Ich würde gerne nach Nebel bergen. Würde das Ganze vielleicht auch ganz gerne überleben. Vielleicht sollten nur zwei Leute in der Molochäischen Hand kommen. Die kann ich noch ganz gut besiegen. Oder es kommen räudige Wölfe. Die kann ich kaum erreichen, ohne dass sie gleich tot sind. Ärgerlich. Haben wir wenigstens Kaltura-Stängel? Ja, haben wir. Wie schön. Wir brauchen mal weiter so eine Wurzel wieder, oder? Das ist keine Wurzel. Das ist keine Wurzel. Na gut, dann nicht. Warte, geht es. Es sind ganz schön viele Kämpfe mittlerweile, oder? Oder kommt es mir so vor? Es ist ja eh ein Zufallsgenerator, von daher ist es eh egal. Und wir kommen an helllichten Tagen an. Wie schön. Lieber Schmied. Mir wurde zugegetragen, dass du einen Auftrag für mich hast. Ja, Müll. Tatsächlich. Ähm, ein sehr hübscher Lenden-Schurz. Habt ihr jetzt jemals mit einem Kleid versucht? Hallo Leute, habt ihr wohl im Moment Zeit? Ja, wie darf ich euch behilflich sein? Ja, ähm, wie läuft das Geschäft denn so? Geschäft? Ach, reich wird man hier in den Nebelbergen nicht. Es ist eine kleine Stadt mit einfachen Leuten, und um ehrlich zu sein, hatte ich in letzter Zeit Schwierigkeiten, überhaupt an ein gutes Erd zu kommen, das sich zum Schmieden eignet. Es wird immer schwerer, aus der alten Bessitun-Mine was rauszuholen. Ähm, okay, welche Art von Erz braucht ihr denn? Ja, Sia, ohne etwas reines, pures Erz wird es mir nicht möglich sein, eine Klinge zu schmieden. Wenn ihr also euer solches Erz finden könntet, dann mache ich euch aus dem, was übrig bleibt, gern einen Dolch. Tja, hört sich nach einem annehmbaren Handel an. Ich mach's. Ich danke für eure... Ich danke euch, Fremdling. Ihr findet mich hier. Wunderbar. Dann würde ich ganz gern noch... Ach, warte mal. Welche Dienste bietet ihr an? Könnt ihr auch was reparieren? Nimm, das fände ich gar nicht mal so schlecht. Äh, nein, kannst du nicht. Dann Handel. Oh, habt ihr schöne Dinge? Eine schöne Axt. Eine schöne Axt, aber leider ist es eine magische Axt. Hier, willst du das Ding haben? Nein, willst du die Dolche haben? Ja, nimm. Gewand willst du nicht die Rüstung für 250 Münzen? Warte mal, vielleicht braucht ihr noch jemand von uns. Vielleicht ist dieser gar nicht mal so schlecht, diese Rüstung. Äh, das ist Eisenerz, aber das ist keine Reihe des Eisenerz. Ich überlege gerade, hier ist noch ein Kupferring. Den kaufe ich mal. Wenn ich nämlich noch so einen Kondensator finde, kann ich wieder noch jemand anderen einen Ladungsring verpassen. Das wäre doch gar nicht mal schlecht. Äh, so. Ich habe mich kurz mal richtig hingesetzt. Also letztendlich sogar falsch. Mh, 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 ein Schild. Ein interessantes Konzept. Könnte ich vielleicht mal probieren. Sieht aus wie eine Radkappe übrigens. Äh, und irgendwelche Ledergurte. Würdest du auch kaufen? Okay. Eisenerz. Wir hatten doch mal... Kann das sein, dass wir schon Eisenerz aufgesammelt haben? So ein gutes Zeug. Hallo? Geh mal bitte da rein. Kann durchaus sein. Äh, sag gegrüßt. Bla, bla, bla. Ah, ich habe ja ein paar Fragen. Den Tauschhandel würde ich gerne... Würdest du das... Ne, würdest du das kaufen? Ja. Und dafür würdest du mir 102... Ach, du kriegst mir nur 162 Münzen. Du kleiner Schlingel, du. Hier, das Ding. Ramsch. Brauche ich eh nicht. Ähm, habe ich noch irgendwas, was ich dir verkaufen kann und ich brauche? Nein. Hast du zufälligerweise einen Kondensator da rumliegen? Ne, hast du nicht. Du bist auch kein Elektrofachhändler, von daher... Du bist du für mich letztendlich nutzlos. Ach, du verkaufst diese komischen Teile, die ich in der Mülltonne finde. Interessant. Sehr interessant. Mhm. Gut. Tja, dann, äh... Ach ja, willst du das Ding haben? Da, nimm. Ich werde jetzt nicht mehr als 25 Goldmünzen normalerweise, aber egal. So, wir müssen also in die Bessitun-Mine gehen. Wir müssen aber eigentlich jetzt auch nochmal zurückgehen zu... Ähm... Ähm, was verkaufst du? Alles mögliche, glaube ich. Äh, wir müssen aber irgendwie zum Besitzer der Bessitun-Mine gehen, wo der mir gesagt hat, entscheide mal auch noch einen Auftrag. Was kostet ein Sumala-Trank? 28 Münzen. Hä? Das Kamala-Trank ist ein leichter Muntermacher. Wollte ich nicht mal, das ist das gleiche in Grün. Ich kaufe die Bögel einfach mal eins, freut sich doch. Wie viele Münzen... Äh, wie viele Kugeln sind das? 240. Ja, später. Wie viele Kugeln habe ich? Ich habe 320 dabei. Ich glaube, ich kaufe mal 80. Äh... Kann man das irgendwie eingeben? Nein, kann man nicht. Oh mein Gott, das kann eine Weile dauern. Oh mein Gott, das kann eine Weile dauern. Ich glaube, das muss man so. Händisch sozusagen. Oh mein Gott. Ich glaube, ich kaufe irgendwann immer einfach entweder alle Kugeln oder einfach nur weniger, weil ich keinen Bock habe, hier das ganze Kram wegzuklicken. Danke. Ähm... Hast du noch irgendwas, was ich brauchen könnte? Nein, hast du eigentlich gar nicht. Deswegen gehe ich. Aber... Ich würde gerne mit meinen Leuten mal kurz sprechen. Was wünscht ihr von mir? Ich würde mal gerne eure Rüstung sehen. Du hast schon so eine Lederrüstung. Was ist das denn? Ne, nochmal eine Lederrüstung. Du hast auch eine Lederrüstung in groß. Du hast eine Lederrüstung in klein. Und du hast auch eine Lederrüstung. Das ist gut, da kann man jetzt einfach die Lederrüstung hier, die wir haben. Mal hübsch verkaufen. Äh... Tauschhandel. So, für 250 Münzen kannst du die gerne haben. Jetzt gehe ich. Und wir suchen noch etwas Erz, die wir wahrscheinlich in der Bessie-2-Mine finden. Allerdings müssen wir mal rausfinden, wer eigentlich der Besitzer der Bessie-2-Mine ist. Gucken wir uns kurz mal auf die Plane um. B. Ja, bleiben wir jetzt nicht so... War ich da unten schon mal drin? Ich gehe mal kurz zu diesem Haus und zu diesem Haus. Mir bin ich, ehrlich gesagt, nicht sicher, ob ich da jemals drin war. Denn ich habe offen gestanden keine Ahnung mehr, wer der Besitzer der Bessie-2-Mine ist. Ja, fein. So, hier bin ich. Verschlossen? Nein. Okay, hier ist nichts. Ich kann ja auch nicht schlafen. Gut. Wie darf ich euch behilflich sein? Äh, indem du von der Tür weggehst... Eine verschlossene Kommode? Warte mal. Scheiße, Besitzer zu sein oder Besitzerin. Oder du läufst einfach in dieses Haus rein und guckst lustig. Du guckst in dieses Haus rein und guckst lustig. Okay. Kurz mal gespeichert. Ich will mal kurz gucken, was hier in dieser wundervollen kleinen Kommode drin ist. Das Schloss wurde geknackt. Ammoniak. Bisschen Gold. Bisschen Kupfer. Heilbalsam. Vielen Dank. Die Gegend ist doch reicher. Die brauchst du nicht mehr unbedingt. Übrigens, apropos reich. Ich kann mal zeigen, dass ich ein Zwerg von Welt bin. So, und hier war noch irgendwas. Hier ist ein Trog davor. Das ist wunderbar für die Katzen und für die Hunde. Wer bist du denn? Menschendorfbewohner. Seid gegrüßt. Wie lautet euer Name es hier? Der merkwürdige Kerl sieht dich bis trauisch an und beginnt zu geschwitzen. Ich bin Percival Thun. Warum fragt ihr? Das ist ja praktisch. Ich würde gern etwas über eure Mutter wissen. Nein, warum seid ihr so nervös? Was? Ich erstößt einen hörbaren Säufz. Ich dachte, ihr werdet hier, um mich zu töten. Der Geschäftsmann, dem ich gezwungenermaßen die Biene verkauft habe, ist ziemlich skrupellos. Er ist ziemlich erbos darüber, dass das Erz in der Biene schlecht geworden ist. Er ringt die Hände. Ich muss einen Weg finden, meine Mutter zu befreien. Er ist ihr Geist, der das Erz schlecht macht. Er blickt dich bittend an. Hm, vielleicht kann ich euch ja helfen. Aber erst mal, der Geist eurer Mutter? Er schüttelt traurig den Kopf. Meine arme Mutter, sie hat sich das Leben genommen, wisst ihr? Als da Silberversiegte waren wir gezwungen, die Biene zu verkaufen. Bald darauf ist sie übergeschnappt. Ist zur Mine gelaufen, hat alle Arbeiter gefeuert und sich dann umgebracht. Okay, ich habe übrigens mit dem Geist eurer Mutter gesprochen. Aber erst mal, vielleicht kann ich euch ja helfen, den Geist eurer Mutter zu befreien. Oh, das wäre wunderbar. Er klatscht begeistert in die Hände. Wenn ihr das tun würdet, wäre ich euch auf ewig dankbar. Das würde euch eine Belohnung in Höhe von 500 Goldstücken bedeuten. Das ist ja ganz schön krass, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist mehr als Bates mit Zeit. Ich werde zurückkehren, wenn ich mich über diese Angelegenheiten gekümmert habe. Ja, das werde ich tatsächlich, aber erst in der nächsten Folge. Bis gleich.